Resserts fahren, wir machen die hier nicht. Wir fahren uns gegenseitig. Ich finde irgendwie kein Resserts. Heavy Metal 2000, da kenn ich doch glaub ich irgendwo Heavy Metal. Keine Ahnung. Sag mir irgendwas denn, aber ich weiß nicht mehr sicher was. Pass auf Franz Wienhoff. Ja ja eben. Den bleib ich ja hier in der Ecke stehen. Mischa natürlich, 50% von der eigenen Bulldog von Mischa. Und? Der hat drauf geschossen, ich bin nicht drauf gefahren. Achso. Ja. So gemacht. P-Fuck. Reicht's noch, reicht's noch? So knapp. Was reicht? Weil sie aufs Dach kommen. So, wir sind im Haus drin. Oh man. Ach man. Ne, da kommst du nicht hin. Allmal hin. Du bist so. Du bist so. Ja, ich hab wenigstens ne Granate reingeworfen und ich hab gepusht. Das ist so. Come on, we have to move out all together. We are pushing on Mice. Three, come on guys. I'm doing it. One, two, push, 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 come on. All out, all out, all out, all out, all out. Das interessiert einfach niemanden, oder? Nö. Keiner sieht. Okay, so werden wir den Punkt nicht einnehmen. Äh, die kommt von rechts zu das andere Gebäude, wo ich bin. Ach komm. Nein, wir sind gegen die Kante geworfen. Ach, nö. Noch gegen die Kante. Ich komm da nicht durch. So zumindest ist es nicht. Wenn wir nicht mit mindestens sechsmal gleichzeitig pushen werden, wenn die über diese Brücke drüberkommen, da keiner mitmacht, unmöglich. Nö. Du kommst. Die stehen lieber vorm Haus erst mal dran rum vor zu fliegen. Ach, wer soll ja, ob keiner fliegen, war keiner leicht zu spielen, ist allem noch mal ein Fall. Doch. Oh, jetzt bin ich hinten. Na, deine Sunny ist down von uns. Geht auch als Sunny rein. Ich wollte nicht, ne, ich muss noch meine Maul, äh, meine Sweep auch. Ja, ne, okay, jetzt werden die was hingeben. Oh, und ich renne in die falsche Richtung. Sieben Kills, die kriege ich noch hin in die Aufnahme. Dann habe ich alle Schrotzen auf Level 1, also die 2, wo ich besitze. Dann kann ich halt wieder normale Waffen spielen. Kannst du auch so normale Waffen spielen? Nein, ich will die Anweisungs-Updates machen. Ballern mit den Scheiß-Läschers da rein. Läscherst da rein, ne, ne! So die ära-Pussel-Assist. Nimm es ist Kill-Assist. So. aber 30 momentan kriegst du es hört ohne ende das ist brutal ja gut schon 100 in eine stunde eine halbe stunde ich habe jetzt auch bei 50 70 76 in 30 minuten nein 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 nicht töten nicht töten nicht sterben nicht sterben also was da überall schieße kommst du nicht weg so kommen wir nicht durch ja auf jeden fall nicht wenn alle rumstehen und nichts es war mehr machen wir hier nicht wir fahren uns gegenseitig wirklich dass wir hier nur auf search fahren und nicht verreckt so antwari ist bei 96 plus bei beiden seiten das sollten sie einfach mal größere zahlen einführen nicht nur 6 96 besonders auch von mir 128 oder so mal damit man ungefähr weiß wo man steht 96 plus kann ja alles heißen da kommt schon auch nicht durch kommt man ja noch am besten rein da kommst du nicht lang kommst nirgendwo lang außer der welt durch die brücke ich um mein panzer könnten auch mal sobald ballistik schilderein für so schild also extra schilding so schild band zu tragbaren ja so als wie so schild wir über den schild und so oder bei der schild ist es ein trag tragbares schild sowie die max hat da ja genau für der ingenieur ist nicht so stark ist ja klar zu erheller mann jeder mit dem Dinger ob es wird besser als Prozent unsichtbarer Sandi das ist besser wäre als unsichtbarer Sandi aber wir sind ja keine entwickler müssen ja nur blöde spieler wo hier oben steht auch noch einer ich habe hier die hammer kombi leichte und lightning richtigen wand alter geil oh ok auch 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 dann bin ich schlecht ich verwunde die immer nur ich töte das ist ja gar nicht okay die weibheit drauf nehmen müssen hm jawoll tot ich weiß nicht wie lange sie brauchen um zu über das merken dass ich hier oben auf dem berg stehe mit dem lightning und tot und erfahrungs update äh vorsicht tarnflasch ist unterwegs für die wenn ihr da rumrennt irgendwo er ist tot verwundet nur mann glückabend ist na 100 diese sagen plötzlich rennt wenn sie merken der panzer schießt auf sie so aber jetzt muss ich gleich wir haben noch fünf schuss krieg ich auch gleich besuch hat durch die wand gleich auf besuch bekommen hier um man warum steht ist die panzerbrechende echt so schlecht gegen infanterie machen nur ich tue sie alle nur an hätten mehr nicht so also noch zwei schuss aus volltreffenden sie sterben egal eigentlich mit jeder panzergranate wenn ich eine panzergranate abgibt bin ich tot egal was ich für waffe habe ob ich panzerbrechende oder neu ja aber nur bei einem volltreffer wenn du neben sie schießt sterben sie nicht verpanzerbrechend weil der explosionsschaden viel zu schwach ist Luftabwehr heute brennt sogar die Lippen ist mit einer panzerbrechende beschießen was haben mich zwei Harry eingekreist die Lippen und nach einer nicht dort wird anfangen zu brennen jetzt ist er gar nicht passiert weil sie davor wahrscheinlich schon fünf stück kassiert hat oder so eine Lipp hält fünf bis sechs Stück aus ich mache trotzdem abgabe ich habe keine Munition mehr St und es gibt uns da vorliegen da vorliegen kommen was 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 das gar muss man nur noch die städte es werden welche wir kommen durch ich sag doch wir müssen einfach mal warum kriegt von den ihren munitions um keine munition aber ein geist zwei leute in abung drin und sie schaffen es nicht über die brücke zu werden